Grüß Gott, liebe Zuhörer. Ich bin Silke von Institut Kraft. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute mitteilen kann, dass zeitnah Podcasts hier auf dem Kanal eingestellt werden. In diesen Lesungen wird es unter anderem um die Themen eines vorausgesagten Dritten Weltkrieges wie auch einer dreitägigen Finsternis gehen. Aus den Büchern von Daniel Perl, das ist ein Schwabacher Schriftsteller, wie auch von Stefan Berndt, werden Ausschnitte euch vorgelesen. Bitte geht hier in die Selbstverantwortung und spürt in euch rein, ob ihr diese Themen auch gut verarbeiten könnt. Über Rückmeldungen von euch freue ich mich immer sehr und eure E-Mails werden auch immer zeitnah gelesen, sehr oft auch beantwortet. Es wäre schön, wenn wir uns bei unserem Ethereum-Treff vom 25. bis 27. Oktober in Kirchheim sehen würden. In diesem Zusammenhang hätte ich noch eine kleine Bitte an euch. Solltet ihr euch schon zu Besuch von Angelas Lesung am Freitag, den 25.10. entschlossen haben, wäre es hilfreich, wenn ihr mir eine kurze E-Mail zukommen lasst. In den kommenden Tagen wird auf unserer Homepage institut-kraft.org hierfür auch ein kleiner Button angebracht sein. Doch bis dahin wäre mir eine kurze Nachricht von euch sehr recht. Angela und wir von Institut Kraft würden zwecks organisatorischen Gründen sehr gerne einen kleinen Überblick über die Anzahl der Besucher haben, da die Lesung den Ethereum-Treff zwar einleitet, jedoch kostenlos ist und nicht mit der kostenpflichtigen Anmeldungen für die Workshops und Vorträge am Samstag und Sonntag in Verbindung steht. Ja, das war jetzt eine kurze Vorankündigung meinerseits und ich freue mich sehr, die Reihe von Angelas Prophetie-Serie fortzusetzen. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit und führe euch Gott.